Was geht ab, Leute? Heute ist es soweit und willkommen zum ersten Mal Minecraft. Wir spielen heute mit Lucky Blocks, Freunde. Das wird auf jeden Fall richtig heftig. Wir müssen den Parcours absolvieren. Es werden immer richtig verrückte Sachen aus den Lucky Blocks rauskommen. Und ganz am Ende müssen wir alle gegeneinander kämpfen, Leute. Und wer gewinnt, das werden wir auf jeden Fall heute sehen, Freunde. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Yo, Leute, was geht ab? Minecraft, Digger. Okay. Leute, seid ihr gespannt auf die Lucky Blöcke? Es kann alles passieren, wenn wir die öffnen, okay? Wisst ihr das? Der Glücksspiel-Semulator kickt gleich wieder richtig. So, also, ich komme, glaube ich, nochmal hier die goldene Spitzhakette. Ja, die nehme ich auch. Alle schon dabei, meine Freunde. So, also, wer möchte anfangen, hier den Lucky Block zu öffnen? Ich würde sagen, Kaspar, Digger. Kaspar am Anfang. Erde für ihn. Nesersteine. Was war das denn? Junge, lass die Steine da drüben. Okay, ich mache die nächsten, Digger. Die nehme ich gerne mit, Digger. Was ist los? Oh, 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 was? Ey. Oh, mein Gott. Also, ich habe meine ganzen Sachen wieder. Denkt dran, wir haben nämlich am Ende noch eine Arena, wo wir gegeneinander kämpfen werden. Das heißt, Leute, equippen. Equippen, Digger. Also. Ey, guck da nicht rein. Mach da nicht hier echt. Okay, also, hier, Adello, mach mal deine auf. Pfeif mal dein 100 zurück jetzt. Was? Samma, hallo. Was? Was? Nein! Ey, Doggo, Alter! Greif's wieder an! Boah, Jungs, ich bin gleich tot! Ey, der hat mich gegessen! Also, ich war jetzt hier... Mein Lucky Block, Digga! Oh, guck mal! Guck mal, was wir kommen haben, Jungs! Bär! Hattenbogen, Digga! Hau ab! Den brauchst du ja doch noch für später! Hunde! Hunde, wo seid ihr? Fahr's bitte! Nein! Jawoll, Digga! Hau rein! Nein! Hau raus! Ey, die sitzen, die sitzen, alles gut! Boah, Digga, guck dir mal... Digga, arbeitest du im Zoo, oder was? Junge! Das geht denn da ab! Los, Wunde! Greif's wieder an! Oh, Leute! Ich hab Eimer! Was ist das denn? Ich hab ein Beacon bekommen! Damit kann man dadurch Sachen besser machen! Gar nix, kannst du damit! Echt, Digga? Nicht schlecht! Ey, ab mit der Lava! Mach die Lava weg! So! Also, mach mal den nächsten Lucky Block auf und... Glückliche Schaf! Was bringt mir das? Glückliche Schieb! Neeeeee! Dann mach mal deinen nächsten Block auf, Digga! Oh, Digga, Änderaugen! Richtig viele Änderaugen, Alter! So, ich mach jetzt auch mal ganz kurz auf und... Was soll ich jetzt bekommen? Ich hab Leben bekommen! Oder Hasen! Und Hasen! Alter! Ruf, Digga, Leute! Die Änderaugen sind für die Arena gut! Ja, ja! So, dann mach mal deinen noch auf! Los, mach deinen Lucky Block auf! Let's go! Woah! 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 Ich schieß mit dem Bogen auf, Digga! Alter Schwede! Okay, es ist weg! Es ist weg! Es ist weg! Okay, es ist weg! Gut! Ich mach einmal meinen nächsten auf hier! Hey! Ja! Eimer! Das ist sehr gut, Leute! Lava Eimer und so! Kann man alles sehr gut gebrauchen! Wir gucken mal, Digga! One is lucky! One is not! Leute, ich hab die Wahl! Es gibt einen Lucky Block und einen Unglicks! Oh, Mann! Oh, Digga! Ich nehme ein Stück weg von ihm! So! Okay, mach rauf! Ich nehme den! Lucky! Das war der Lucky One! Ich mach den anderen auf! Hä? Fake! Glück gehabt, Digga! Fake-Blöcke! Na gut, okay! Dann! Wer macht den nächsten auf? Ich mach rauf hier! Oh! Einer ist nur glücklich, Digga! Nimm den rechten! Woah! Was? Er hat gerade das Dia-Schwert bekommen? Ja, sogar im Übelfall! Krass! Es ist schon mal zweites! Was? Zehn Attack Damage! Zwei, Digga! Was? Will jemand eins haben? Ja! Ja, Digga! Leon hat schon einen Bogen, Alter! Hier, Denno! Hier! Nein! Mach mal den zweiten auf hier! Hä? Steht da eigentlich ein Haus? Was ist das? Was ist das, Digga? Woah! Nein! 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 Meine ganzen Sachen! Oh! Das Problem ist jetzt, wir kommen jetzt hier weiter. Ich mach nochmal Lucky Bucky auf und... Oh mein Gott! Nein! Da war ein Schwer drin! Nein! Nein! Was ist hier los? Hilfe! Spinnen! Lauf! Ey, die überfreuen mich alle! Hau ab, hau ab, hau ab! Weg, 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 weg! So, hier! Baby! Gib Spinne, Gib Spinne! Bitte lass mich! Digga, run down! Ey, auf jetzt! Hör auf! Ich bin das nicht! Das ist das Gift! Ich opfer mich für die Halle! Ne, mach nicht, mach nicht die Zeitbombe auf! Mach nicht die Zeitbombe auf! Nicht die Knopf drücken! Nicht drücken! Der Creeper, Digga! Oh! Oh mein Gott! Oh nein! Ich bin absolut dead! Er kann so schnell! Er kann so schnell! Ah! Oh, Leon scammt alles! Digga, dieser kleine Blödmann! Nächstes Ding hier! Wunschbrunnen! Oh nein! Ein Wunschbrunnen! Okay, pass auf, ich werf mal rein jetzt hier! Zack! Lass mal rein da! Wow! Jawoll, Digga! Nein, ihr Assis! Ihr Assis! Abschmatzt das Quartier! Nice! Assi! Ich bin Schwein! So! Okay, Leute! Wunschbrunnen hat sich auf jeden Fall gut erfüllt! Ein paar Sachen sind jetzt am Start! Ein paar Diamanten und so! Finde ich gut! Oha, Digga! Okay! Dann machen wir den nächsten Block auf! Oh! Nur einer hat Glück! Nur einer hat Glück! Das stinkt! Also nehmen wir rechts! Oh! Digga! Was ist das denn? Oh, wer ist er denn, Digga? Okay, ich mach den nächsten auf! Nein! Es wird jetzt Zeit für den Parkour! Oh! Wenn man hier runterfällt, ne? Eieiei! Dann verliert man alle... Ah! Alle seine Sachen! Nein, mach keinen! Ich hab Blöcke! Ich hab noch Blöcke! So! Gut, dass ich ein alter Minecraft-Profi bin und früher auch Minecraft gespielt hab! Haut rein, Leute! Mach's gut! So! Und! Ich hab's rüber geschafft! Okay! Wo seid ihr? Vorsichtig! Huh! Nein! So! Mal gucken, wo sie... Ah, Digga! Da ist Kaspar! Okay! Hier noch weiter springen, Leute! Okay! Weiter geht's, Freunde! Hier rauf springen! Hier ist ein Spawnpunkt! Hier ist ein Spawnpunkt! Ja! Ja! Wir haben schon den Check! Mal gucken! Das kann nicht wahr sein! Jetzt warten wir auf Denno! Mal gucken! Wie lange Denno jetzt braucht! Soll ich dir entgegenkommen? Soll ich noch mal machen? Denno, soll ich zurückkommen? Digga, jedes Mal, Alter! Kaspar macht es halt grad möglich, Digga! Kaspar kommt grad möglich zurück! So, Denno! Das war knapp! Nein! Du schaffst das! Letzter Sprung! Letzter Sprung! Ja! Ja! Okay, Leute! Also, wir haben... Jeder hat nur einen glücklichen Block! Ich würd mal sagen... Rechts! Links! Oh! Hä? Wow! Digga, tschau! Links! Oh mein Gott! Hier ist ein Zombie! Nein! Noo! Junge, ich hab ne Potion! Ich geb dir Lack 100! Die mach ich gleich... Alter! Was denn hier für ein mega... Mega Zombie! Ey, wie soll ich denn jetzt... Wow! Er hat überlebt! Ey, warte mal! Wie sollen wir jetzt zu unserem Ort hinkommen? Bauen! Habt ihr keine Blöcke? Nö! Ich komm mit dir rüber, Digga! Ich komm mit dir rüber! Sack! Digga, warum hab ich denn jetzt keine Blöcke, Mann? Was ist denn dich jetzt hier? Also entscheidend gehen wir die Kiste aufmachen! Loll! Die Kiste ist voll gut, Digga! Auf! Alles nehmen! Alles nehmen, Digga! Bloß nicht mehr runterfallen, Leute! Bloß nicht mehr runterfallen! Sprung! Ja! Und hier ist noch... Warte mal! Hier ist noch ein Lucky Block! Und aufmachen! Da ist ne Kiste drin! Mit Diamanten! Ein Messer! Nein! Oh mein Gott! Oh! Sind da viele Lucky Blöcke, Leute! Alter! Ey! Und ich mein auf! Ich mach jetzt mein auf! Oh! Die Errüstung! Zack! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Leute! Ich würd sagen... Haut da rein, Digga! Haut da rein! Jetzt wird's nämlich richtig gut, Freunde! Jetzt haben wir die dicken Lucky Blöcke hier am Start! Aufmachen! 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 Ja! Ich hab ein Glückschwert! Ich hab hier... Ordentlich was! Alter! Yo! Ey! Boah! Was? Geil wird's! Sind das nur gute Lucky Blöcke? Passiert da auch wirklich nix? Sind doch schlimme! Ich glaub... Oh! Bin mir erschrocken, Digga! Ey! Ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier aufmachen! Nochmal ne Kiste! Yo! Sehr gut, Mann! Ich hab richtig die geile Ausrüstung! Nein! 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 Ja! Ja! Die Errüstung hab ich gerettet, Digga! Nein! Nein! Bitte! Wasser! Halbes Herz! Halbes Herz! Alter! Let's go! Ey! Nein! Was ist das jetzt? Ich bin eingesperrt! Nein! Ich bin unter Wasser eingesperrt! Ich bin eingesperrt! Ich ersticke! Wo bist du? Soll ich dich frei bauen? Ja! Yo! Alter! Alles klar, Männer! Also wir sind jetzt in der Arena und haben wir auch noch Lucky Blöcke! Nein! Ich bin eingesperrt! Ich bin eingesperrt, Digga! Ich bin eingesperrt! Die Arena ist jetzt kaputt! Ich bin eingesperrt! Ich hab nichts zu feilen! Digga! Dann geben wir es halt auf die ganze andere Ritu an! Digga! Erz-Ihr-Mann-Schwert! Und... Ja moin! Das soll es auf jeden Fall gewesen sein vom Microsoft-Freunde! Wenn ihr noch mehr Microsoft-Steven wollt, dann haut auf jeden Fall auf den Like-Button oder auf den Abo-Button! Würde mich auf jeden Fall mega freuen! Und schaut einst du den Ballen wie es hier aus, immer draufklicken! Und damit sie sich in diesem Kanal für tägliche GTA-Folgen, Gaming-Folgen und mehr! Ciao, ciao!